micha micha mir ist langweilig ja okay ich hab's gehört aber was soll man denn machen soll man mal gasse gehen nicht schon wieder gasse gehen wir waren doch vorhin schon hast du mal rausgeguckt das regnet ja wie sau lass uns was anders machen wenn man das ganze so schön singen soll man nicht zusammen mein liedchen singen oh ja singen ist gut da mache ich sofort mit aber lass uns was singen was irgendwie motiviert ja okay du fängst an ja gut dann fang ich an aber du darfst dir eins aussuchen wir können doch das schütti lied singen ja das schütti lied was wir gestern geübt haben das schütti lied was das denn für ein lied aber wenn du sagst das ist das was wir gestern geübt haben dann weiß ich schon was du meinst okay ich fang an schütti sorgen in ein gläschen wein deinen kummer schütt doch mit hinein und mit köpfchen hoch und mut genug lehrt das volle glas in einem zug das ist klug schließ die augen einen augenblick schließ die augen einen augenblick denk dann gar nichts mehr als nur an glück und auf eins zwei drei wirst du gleich sehen wirst das leben wieder wohl wieder schön micha was ist eigentlich schütti also eigentlich müsste das heißen schütt die sorgen in ein gläschen wein also schütt die nicht schütti ja das ist so ähnlich wie wenn ich dir ein wässerchen in deinen napf tue ja okay das habe ich jetzt kapiert und leer das volle glas in einem zug aber warum soll ich dann zum trinken in einen zug gehen hallo ihr lieben ich bin katakalo em ist ziemlich bester freund ihr werdet sicher noch mehr von mir hören aber wenn es dir bisher gefallen hat dann klick ruhig mal auf like du kannst das video auch gerne teilen oder an deine freunde weiterleiten und wenn du auf abonnieren klickst wirst du immer sofort informiert wenn es etwas neues von emi micha und mir gibt miau 1 5 nach 1 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020